. 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 40.000 Tote alleine in der letzten Woche. Es ist vorbei. Im Namen der Menschlichkeit, ich bitte Sie um den Waffenstillstand. Sie haben 72 Stunden. Sie haben unsere Kondition. Ich werde nicht kapitulieren. Meine Mutter wollte nicht, dass ich einen Krieg ziehe. Ich wollte Ihnen zeigen, dass ich das kann. Ach, Paul. Wir haben mal nach Hause kommen. Ich vermisse meine Kameraden, ihr Besten! Schließen wir Frieden. Es ist ein Herz. Ich habe Angst vor dem, was kommt. Du musst jetzt tapfer sein. Für die, die es nicht geschafft haben. Für uns alle. Ich will. Ich will. Untertitelung des ZDF für funk, 2017